Konnichiwa meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute gibt es mal wieder ein Reakt und zwar reakte ich auf 5 Minuten, jetzt musst du das schnell nachschauen, Sword Art Online in 5 Minuten, ich bin gespannt, der Kanal dazu, der das Video gemacht hat, ist natürlich in der Beschreibung, richtig geil, Bro, mach weiter so. Willkommen zu Sword Art Online. Sword Art Online ist das beste Spiel ever. Das ist das beste Spiel ever. Ihr seid nun alle gefangen, bis jemand die 100 Ebenen schafft. Fuck. Haha, wir sind fast so Männer, wenn ihr hier stirbt, stirbt ihr auch in Real Life. Ey du, komm mal mit, ich brauche einen lustigen Bimbo. Ich könnte ein interessanter Charakter werden, von dem die Leute mehr sehen wollen. Halt deine Schnauze, Klein, komm zurück, wenn du ein Hauptcharakter bist. Es sind 2000 Menschen in den letzten 2 Monaten gestorben. Zu viele sind schon gestorben und deswegen ist es eure Aufgabe, nicht zu sterben. Oh mein Gott, ich sterbe. Das ist das Ende, ich schwöre, das ist das Ende. Das ist das scheiß Heilmittel. Sag meiner Familie, das ist die Liebte. Willst du jetzt mal das scheiß Heilmittel trinken? Warum warst du das scheiß Heilmittel nicht gezogen? Da mach ich's halt selber. Mach's das selber. Oh mein Gott, ich will seine Kinder. Wer zum Fick ist das denn? Ich bin der schwarze Schwertkämpfer. Nein, bist du nicht. Wie zum Fick ist das so OP geworden? Psch, ich überpowert. Zeit, eine vorhersehbare Beziehung aufzubauen. Bist du die Richtige? Ich glaub schon. Bist du die Richtige? Ich bin zwölf. Bist du die Richtige? Ich bin genauso nutzlos wie ein Igel in der Kondomfabrik. Wie ist es mit dir, Mrs. Titi? Es ist nicht so, dass ich dich nicht mögen würde oder so, Baka. Perfekt. Hi. Hi. Willst du heiraten? Okay. Wie wär's mit Sex? Okay. Heißt das, dass wir jetzt Kinder kriegen? Oh, ich hoffe nicht. Bitte, schau mal. Willst du mich ficken? Kann ich es behalten? Nein. Aber ich will eins. Nein. Bitte. Nein. Ich werde einen Monat lang keinen Sex mit dir haben. Okay, wenn du mir versprichst, sie zu füttern und mit ihr Gassi zu gehen. Seid ihr meine Mama und Papa? Ja. Nein. Können wir nicht einfach zeigen, wie krass OP ich bin? Oh, ich kann jetzt wohl weiter nicht kämpfen. Ey, Mann, das ist nicht fair. Halt deine Schnauze, Klein. Komm zurück, wenn du ein Hauptcharakter bist. Niemand kann mich in diesem Spiel schlagen. Ich will dich ja nicht unterbrechen, aber ich bin der beste SOA-Spieler aller Zeiten. Du willst mich ficken? Komm mir eins gegen eins, Mann. Was? Erhackt? Ich wurde erhackt. Was? Bist du nicht Kai aber Akiko? Ach, was laberst du? Ja, weil mich eigentlich sonst niemand in diesem Spiel schlagen könnte. Mein Respekt, dass du die Wahrheit herausgefunden hast. Und jetzt komm! Jetzt ehrlich? Ich habe eigentlich nur Scheiße gelabert. Asna, warum? Das ist die einzige nützliche Sache, die ich je getan habe. Ich werde doch trotzdem sterben, du dumme Schlampe. Jetzt stirbst du. You are dead. Hacker-Modus eingeschaltet. Was? Was? Junge, das macht doch keinen Sinn. Geh, geh. Glückwunsch, du hast das Spiel gewonnen. Also, warum wolltest du tausend Leute in diesem Spiel gefangen halten? Pff, keine Ahnung. Macht Sinn. Ich werde dir so hart einblasen, wenn die herauskommen. Okay. Halt gestanden, mein Schwanz blieh sich nicht von alleine. Ich fürchte, sie wird nicht aufwachen. Wer bist du? Ich bin ein neuer Bösewicht und ich werde dieses Mädchen heiraten. Okay, pädophiler Bastard, viel Spaß mit der da für den Rest deines Lebens. Hey, ich bin Inzest. Sorry Inzest, aber ich bin grad nicht interessiert. Was soll ich jetzt machen? Hast du schon von diesem neuen RPG gehört? Junge, jetzt ist nicht die Zeit zum Zocken. Ich muss einen Weg finden, um Asna zu retten. Ach, du Scheiße, man kann fliegen. Ich bin sowas von dabei. Wolltest du nicht Asuna retten? Nee, ist Asna. Du hast schwarze Haare und bist gut in Videospielen. Wie mein Bruder. Du hast große Bubis, genau wie meine Schwester. Hab ich dir eigentlich erzählt, dass ich in meinen Bruder verliebt bin? Wäre schon scheiße, wenn ich dein Bruder wäre. Du bist mein Bruder? Ich bin dein Bruder? Fuck! Fuck! Ich kann einfach nicht glauben, dass ich mich in meinen Bruder verliebt habe. Früge, warte, vielleicht hast du ja noch eine Chance. Ich bin schon drüber weg. Dass du uns weiterzocken. Dieses Endboss können wir nicht schlagen. Was denkst du, wer ich bin? Ich bin Kirito. Oh, gut, ich mein, hab ich gesagt? Dieses Mal mit der Kraft der Freundschaft. Ich bin eigentlich nur ein unwischiger Charakter. Okay, bin durch. Jetzt soll ich dich hier raus. Wie hast du dir das vorgestellt? Indem ich den Typen ficke. Ah, da bist du wieder. Warte mal, wie bist du hergekommen? Keine Ahnung. Macht Sinn. Hacker-Modus eingeschaltet. Was? Wie? Kaiaba. Kaiaba, final battle. Fight. So, das war's. Ich hab ein Mädchen gerettet. Hab den bösen Typen besiegt. Und bin im Spiel nach zwei Scheißjahren entkommen. Leute, wisst ihr, was wir machen sollten? Wie, das war das Online-Spiel? True Story, Alter. Okay, das ist echt true story. Oh Gott, ey. Der Kerl ist so geil, der die Videos macht. Ich schwör, abonniert den auf jeden Fall. Ah, geil. Oh Gott. Ich glaub, wir geben uns dann noch mehr davon. Und demnächst, wenn ihr Bock habt, und schreibt mal rein, auf was ich reacten soll, was mit Anime zu tun hat. Ansonsten würde ich euch noch eine schöne Woche... Macht's gut. Sayonara. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020